Moin Leute! Willkommen im Budaland. Wie ihr sehen könnt, es ist Zeit für die neue Maya Couchbox. Das ist die November Couchbox 2016. Wir sind mittlerweile umgezogen und jetzt habe ich vielleicht ein bisschen mehr Zeit, ein paar Videos zu machen. Und diese Box kam heute an und Amaya konnte sich gar nicht erwarten, sie wieder auszupacken. Gucken wir mal, was uns da diesmal erwartet. So, wieder der lustige Zettel, der gleich weg ist. Ja, so, was haben wir hier? Snaps Organic Apple Strawberry Apfel Crunch. Das sieht aus wie so Trockenobst. Komm mal her, was ist denn da? Shea Glutenfreie Petit Cereal Eisenquelle. So, das sieht aus wie so Kekse. Gibt es auch zwei Packungen davon. Ballaststoffreich. Ah ja, was zu trinken haben wir dabei. Und zwar eine Bionade Holunder. 0,5. Oh oh, es lichtet sich schon langsam. Dann haben wir Brandknusperherzen Lugart Creme. Oh, die sind lecker, die hatte ich glaube ich schon mal. Ja, ist schön. Ja, ja. Erstmal gucken wir mal weiter, was hier noch so zurecht ist. So, das sieht nach Knabberzeugs aus. Studentenfutter ohne Rosinen. Ah ja, ich hab's da mal einer richtig gemacht. Von Club, 150 Gramm. Dann haben wir hier noch Cereola, der Kernige von De Boykele. Das sieht nach Keks mit Schokolade aus. 150 Gramm. Und noch nicht ganz, das letzte. Oh, Lockerwaffeln. Die sind wieder lecker. Tortinas Original. Drei Stück. Damit werden wir Spaß haben. Essen. Dann haben wir hier noch eine Karte. Heißer Holunder. Rezept von Bionade. Oh, und einen Riegel haben wir noch. Hafervoll Raw. Ohne Zuckerzusatz. Haferflocken Kakao. Kakao. Ist wohl Bio. 35 Gramm Riegel. Und dann haben wir nur noch was von Scheer. Noch ein Werbeprospekt. Und das war's. Ja, ne relativ kleine Box diesmal. Einmal essen. Wollen wir noch mal gucken, was wir jetzt hier noch verkosten wollen. Einmal essen. Mal sehen, was die Assistentin testen möchte. Das essen. Was? Katja. Damals entschieden für die Locker Original Tortina Waffeln. Die sind echt böse. Dann musst du schauen, dass ich hier eine halbe abzweigen kann. Was? Hm. 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 Relativ klein. Nein. Hm. Ja. Hm. Komm mal. Komm mal. Hm. Hm. Ist wieder lecker. Ja. Mit dem Dingern werden wir Spaß haben. Ja. Ja. Ist länger? Hm. Ja. Das war's für heute. Von der November Couchbox 2007. Dann gibt's nächste Monat dann die letzte für dieses Jahr. Die Weihnachts Couchbox. Ich bin sehr gespannt. Ansonsten euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss. Oh. Hm. JuuP